Dino betäuben, ja? Okay, und dann? Halten sie es auf! Super, was Glück habe ich für den jetzt was gebaut. Da hast du keine Chance gegen das Dino, Alter. Komm, abbreche! Bam, okay, cool. Ja, 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 namaste, namaste, what the fuck, what the fuck, haben wir genug Platz im Schutzraum, ich hoffe es. Oh man, oh man, oh man, oh man, wie er einfach instant ausgebrochen ist, ne? Das wird teuer. Okay, der ist betäubt, dann werde ich den nämlich jetzt dagegen einsetzen. Wo ist er, das Binoraptor? Da ist er. Wo will er hin? That is the question. Okay, und dann? Repair some. Fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Chin, 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 chin. Okay, fuck it. Ich hoffe, der kommt jetzt mal demnächst. Okay, das ist zu. What the shit? Und ich wollte zwei Stück davon machen, ist klar. Uncool. Ja, der ist einsam, das ist mir auch klar. Ich züchte mal noch einen. Aber nicht so überzüchtet wie den, sondern normal. Ja. Der wird nämlich wahrscheinlich komplett durchdrehen. Jetzt müssen Dinosaurier-Dream-Team zusammensetzen. Dafür. Jetzt sind wir bei null Gene drin. Das kostet auch nicht mehr so viel. Okay. Gut. Alles klar. Ausbrühen. Spinoraptor. Was ist hier? What is happening? Der ist eingepennt. Na, wundervoll. Komm. Halt ihn auf. Da kommt er. Oh oh. Werdet ihr kämpfen? Er hat den Weg gelegen, ne? Okay. Warte mal. Der kam hier hin zum Trinken und jetzt rennt er wieder weg. Komm. Geh mal da ran jetzt. Ah, ah, okay. Werde jetzt auch keinen neuen da rauslassen. Kommt er? Ja. Gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Eigentlich ist der viel zu stark. Oh fuck. Das kann nicht gut gehen. Obwohl, der ist viel größer. Vielleicht haben wir Glück. Wenn nicht hat der uns. Also wenn er es schaffen sollte. Was er wahrscheinlich nicht kann. Oh shit. Wie soll ich den denn aufhalten? Okay. Wait a minute. So kann man nicht arbeiten. Ja, brüte du mal den aus. Wir holen was aggressiveres und größeres daran. Wie wäre es denn mit einem fucking Tyrannosaurus? In Dominos ist zu teuer. T-Rex. Wo bist du? T-Rex. Wo ist er denn? T-Rex. Oh shit, der ist zu teuer. Okay. Nicht cool. Scheiße. Den hätte ich nicht töten dürfen. Okay, da hätte ich aber auch eigentlich dran denken können. Dass das nicht klar geht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch so ein Mix. Nasuto Ceratops. Mix Dino nochmal dazu. Ankylodocus. Indominus. Binus Dego. Jawohl, ausprühen. Mioi. Was können wir tun, um den aufzuhalten? Okay, ich glaube, da noch einen auszubrüten. Macht hier Sinn. Abbrechen. Ja. Okay, jetzt können wir nämlich da stattdessen einen T-Rex raushauen, der vielleicht eine Chance gegen das Vieh hat. T-Rex. Ach so, da unten. Tyrannosaurus Rex. Bam. Okay, cool. Bevor er wieder ausbricht, wäre natürlich gut. Wo ist er hin? Wo zum Fick ist er hin? Ah, da. Auf Wassersuche. Okay. Shit. Oh Gott, nee. Herr, bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzfrau. Wir kriegen nie wieder 5 Sterne. Nie wieder. Könnte Alarm natürlich. Könnte Alarm natürlich. Könnte Alarm natürlich. Aber das ist ein hartes Risiko. Das muss man mal ganz klar sehen. Aufgewertet 120%. Okay, stattdessen können wir das Tempo erhöhen. Tempo. Und Tempo. Joink. So, das müsste jetzt deutlich schneller gehen. Und er bricht schon wieder aus, ne? Ja, er versucht es zumindest. Ah, ist noch nicht kaputt. Okay, vielleicht zieht er jetzt ein, dass er hier vielleicht nicht rauskommt. Okay. Ich meine, ich fühle mich da jetzt auch nicht unbedingt wohl bei, ja? Ah, dass der Wu aber auch immer so Scheißsachen von einem will, ne? Voll Idiot. So, jetzt denke ich doch, dass es denen dann vielleicht auch gleich wieder gut geht. I hope. Okay, ist das jetzt eigentlich... Doch, es hat sie schon runtergezogen. Aber sie sollten jetzt sozialisiert genug sein. Jawohl. Alles klar. Gut, jetzt müssen wir nur den hier im Auge behalten. Da ist er wieder. Gut. Der kommt da niemals raus. Selbst wenn das eine Schwachstelle sein sollte, darf er nicht mehr da raus. Gut. Das hat echt die Bewertung ohne Gerisse. Leck mich am Arsch. Uncool. Streift umher. Okay. Der wird hier hoffentlich keine Schwachstelle finden. Bis der T-Rex fertig ist. Obwohl die Geschwindigkeit bei ihm schon gar nicht mehr gegriffen hat, ne? Weil der wird immer noch mit Erfolgschance ausgeprütet, ne? Und er kommt wieder zurück. Weil er will es natürlich wissen. Ne? Ja, er geht aber immer an dieselbe Stelle. Hm. Hast gemerkt, dass du nicht durchkommst? Was tut er da? Was für eine miese Züchtung. Ich meine, ich würde ihn gerne halten, tatsächlich. Aber... Die Machbarkeit ist eher grenzwertig. Okay. Ist nicht kaputt gegangen. Sieht's denn aus jetzt? Oh, T-Rex. Okay. Na gut. Das Tempo lasse ich erst mal drin, falls es der T-Rex zerlegt. Ja klar, der fühlt sich nicht wohl. Aber ich muss ihn aufhalten in irgendeiner Form, sonst geht es hier nicht weiter. Das ist blöd. Es wäre eigentlich ja schon in Ordnung, wenn er da drin wäre, ne? Weil töten würde ich ihn eigentlich ungerne. Aber wenn hier einer was reißen kann, dann ist es der T-Rex. So, wie sieht's mit euch aus? 100 Prozent, ne? Ja. Okay. Gut. Wir müssen uns erst mal um dich kümmern. Doch, der Wusen, Arschloch. Ganz einfach. Das andere fällt mir dazu überhaupt nicht hin. Ja, warte mal da einen Moment, hm? Der T-Rex kommt gleich. Medium. Ja, einen Scheiß werde ich tun, den Mist aufzufüllen. Okay. By the way. Weg damit. Jetzt schon wieder da dran. Ah ne, jetzt ist er echt schlau. Jetzt ist er nebendran. Irgendwann findet er die Schwachstellen. Okay, ist noch nicht kaputt. Was spricht denn der T-Rex? Nimm mal lang. 87 Prozent. Gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der T-Rex das packt. Wie kam ich denn auf die Idee, dass ein Pflanzenfresser eine Chance dagegen hätte? Das arme Tier, ohne Scheiß. I hate it. Ich meine, ich habe ihn so gemacht, wie er ist. Er kann auch nichts dafür, dass er so ist. Ne? Ja, ich weiß. Ich darf mir gar nicht länger angucken. Ich darf mich nicht mit ihm anfreunden. Weil ich vermute, dass er leider stirbt. T-Rex incoming. Ah! He he he. Geil. Jedes Mal awesome. Aber jedes Mal. Liebe Gäste, wir sind heute mit einem Tyrannosaurus Rex im Park willkommen. Da bin ich auch hoch erfreut, dass wir ein Tyrannosaurus Rex im Park willkommen heißen dürfen. Ich glaube, jetzt kriegt er gerade die Kretze. Ja, da geht es direkt zur Sache. Awesome. Oh yeah. Der ist was größer. Aber vielleicht nicht ausreichend. Könnte sein, dass wir ein Spinosaurus hinterher hauen müssen. Aber erst mal gucken, ob dieses Experiment gut geht. Would be great. Ja. Ja, los. Kämpft. Oh yeah. Oh no. Wow. Der ist zu stark. Oh fuck, der ist viel zu stark. Okay, da muss ich direkt noch ein T-Rex hinterher hauen. Ich frage mich, wie T-Rex sich eigentlich fortpflanzen. Shit. T-Rex, komm, beiß nochmal zu. Alter. Also mit einem T-Rex ist es nicht getan. I see it. Fuck. Fuck. Okay, sweet. Ich kann jetzt aber nicht noch ein T-Rex brüten, ne? Okay, ich kann nur hoffen, dass der sich in der Zeit nicht wieder komplett hochheilen kann. Was er aber sehr wahrscheinlich kann, weil ich ihn so gemacht habe. Fuck it. Kann ich ihn nicht betäuben? Es wird nicht funktionieren, ne? Wir wissen ja, dass es nicht klappt. Wo ist er? 67%. Keine Chance. Der ist zu stark. Ha, unglaublich. Kommt, T-Rex. Go, go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020